fritz maurer das ist ein gebürtiger schweizer war das erste hotel bereits in den 70er jahren so hier jetzt der gebäudekomplex von außen eine sehr schöne architektur weiter vorne hier noch mal ein zimmerkomplex hier noch mal das gästehaus an der anderen seite wenn man in der früh aus dem zimmer kommt hat man bereits einen sehr guten blick auf den bumtang zong oder chaka zong genannt das süßgästhaus liegt ganz ruhig abgeschrieben und alleine hier der parkplatz hier das andere gästehaus das schon etwas länger steht hier sind auch zimmer untergebracht und hier vorne das ist das haupthaus in dem das lokal das restaurant untergebracht ist hier ist gerade das fürchtstück aufgebaut der Holzrufen brennt das hier war unser Tisch natürlich darf in einem schweizer Gästehaus auch eine original schweizer Puhglocke nicht fehlen es gibt alles an Schnaps, Obstler, Birne und vor allem das Gästehaus produziert alles selbst original schweizer Käse und auch das Marmalade jetzt sind wir die Nr. 32 und das ist der Flur vom Swiss Gästehaus von einem Gebäudekomplex in die Römerzimmer wirklich schön mal ganz was anderes jetzt sehen Sie hier im Swiss Gästehaus das Bad sehr großzügig sauber und wir haben wieder auf Brennberg cụ Advent die Wildersche in der Karge diese Keeperだ für die Vierende es gibt es diese Nachrichten 1 bis 1 bis 1 bis educate 2 bis 3 bis 3 bis 2 bis 5 тепli im巴-Wallãy da